Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Künstliche Intelligenzen und Cyborgs zuerst. Ah, okay. Na dann. So, wir kriegen gleich Munition und können uns auch gleich rausballern. Ja, endlich. Das war's. So, jetzt gehst du mal rund hier. Die ganze Zeit drauf gewartet. Ja. Geil, ja. Die Marines könnten Hilfe brauchen. So. Warte mal, was sind sie denn hier? Da. Ach, da kommen welche rein. Nachladung, nach da gucken. Nach links. Ja, keine Kanaden. So. Die haben Kanaden. Ja, genau. Ich mag hier in diesem Spiel diese Pistole übelst. Die ist einfach so oberpernt. Ja. Und sie werden in den späteren Teilen auch ein bisschen gefixt. Auch die... Auch die... Auch den... Den äh... Armstoß sozusagen. Ja, der ist auch ziemlich stark. Ja gut, wobei in Halo 5... Kannst du diesen Armstoß auch benutzen. Und... Achso... Mit... Deinen Sputdösen halt. Da unten. Ach... Ach... Ähm... Es gibt übrigens ein... Äh... Ein Gamerscore, wenn ihr durch dieses erste Level es schafft, ohne ein Minikit einzusammeln und zu sterben. Ja... Ja... Oioioioioi... Na... Jetzt hat sie mich erwischt. Ja... Ich bin da dran. Es kommt glaube ich noch ein... Ich glaube... Und... Es kommt hier eine Waffe. Ja, du musst... Ich glaube ich... Überall eine Waffe... Ich bin ja überall Waffen rum. Ja... Das ist ein schöne Halo 1-Movie. Die ist geil. Ja... Wir benutzen die Luftschleusende Rettungskapsel um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Na, nicht dumm! Besser als Hunter. Als was? Als Hunter. Ja. So müssen wir mal gucken. Na. Ok. Ich hab keine anderen. Hier geht's schon. Heiß her. Ja, komm. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ich steck her. Ja. Nein. Na gut. Ich hab den nahe Weg hin. Ich hab gedacht, ich leiste mal für eine Deckungsfeuer. Ja, ja. Achtung, nicht raus. Halt noch ganz schön was aus. Ja, das merkst du auch schon. Weil so auf normalen Spiel zieht es zu zweit wie er als Halo-Footies schon recht. Hm. Wie soll ich sagen? Einfach. Also. Naja, normal spielt bei Halo auch nicht mehr. Also das ist dann wirklich... Du rennst dann nur noch durch. Äh, hier auf Legendaire hast du doch einige knackige Stellen. Aber ich hab das Gefühl, das Halo sind da an anderen Stellen auch leichter geordnet. Ich hab das jetzt neulich erst gespielt. Ich bin da auch noch nicht komplett durch. Ich bin da auch noch nicht komplett durch. Aber, also nicht wegen Schwierigkeitsgrad. Aber da hab ich das Gefühl, dass der Helm auf die Schwierigkeitsgrad nicht ganz so schwierig ist wie hier zum Beispiel im ersten Teil. Also im ersten Teil war schon wirklich krankig. Also wir haben... Wir haben das ja schon mal durchgezockt. Äh, die Größe ist das glaube ich, oder? Ja, halb die X-Box-Versehung. Ah. Ja, genau. Da... Da gab es auch einige... Huch. Selten Erfolg. Wer hat denn? 1000 Eliten ausgescheitzt. Das könnte ich gewinnen sein. Wohl, ne, das war grün. Das ist deine Fauna. Ja, das war ja. Ja, gut. Das ist höchstwahrscheinlich auf dieses Spiel gemünscht. Und wie oft hab ich dieses Spiel gezockt? Ja, ne. Ja. Ja. Was stand dort? Wie viel Prozent hat das? Neun. So. Hier haben wir noch jemanden. EWAG-Station. Achtung! Hallo. So. Gibt es Menschen immer noch hier? Es ist immer noch schön, wenn ein Gamerscore mal aufpoppt hier. Allianz-Truppen im Gang über uns. Sind wir hier richtig? Hier richtig? Ja, Gang über uns. Aha. Kann ich nachvollziehen? Ich seh's. So. Hölle nach. Nach oben gehen wir. Hölle nach oben gehen wir. Hölle nach. Los. Hölle nach oben gehen wir. Ah, das bin ich. Ich gehe rein. Ich bin genau hinter dir. Okay. Noch mehr von denen. Ja. Irgendwo dann mal. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da gibt's dann noch rein. Und da gibt's nämlich ein Schild. Das stimmt. Und. Ich glaube der Gamerscore, den du vorhin erwähnt hast. Der hat aber auch was damit zu tun, dass es ein Schild ist. Ja. Ja. Ich glaube ja. Ein Schild, kein Gamerscore. Ja. Das macht sich am besten, wenn wir das dann zu zweit spielen. Der eine düppelt einfach, bleibt stehen. Und der andere macht nicht ganz wegzuarbeiten. Ja. Und ich glaube es musste auch auf mindestens. Das. Ja genau. Ich glaube auch ein Halo hat. Ich glaube auch ein Halo hat. So. Jetzt draußen ist es nur noch rund. Ja. Ich fasse den Medikid gelaufen. Sehr schön. Ja. Alten Grafix sieht natürlich nicht so gut aus. He. So gut im Ende. Ja. So gut im Ende. Aber unser alten Grafix sieht manchmal halt wirklich besser, wo die Sachen nicht sind. Ja. Zumal. Die Hitboxen sind immer noch die von der alten Grafik. Zum Teil. Es gibt ja auch so Naturlevels. Hier ist es noch nicht so krass, weil die Architektur eben sehr kannig ist. Aber in den Natur- und Wildlevels. Ähm. Da sind die Hitboxen dann doch ein bisschen anders. Wenn du denkst, du hast dich hinter was versteckt oder sowas. Ist zum Teil das einfach nur ein Textur. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem Navgrund, er führt Sie zu einem Ausgang. Ich weiß nicht, das tut theoretisch auch. Aber es wäre fast auch was nicht so richtig merken. Hier müssen wir rein. Geh mal rein. Achtung. Licht und machen. Wir machen. Wir gehen. Irgendwo. 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 Leuchte mal kurz in eine andere Richtung. Ja, du hast dort eine Batterieanzeige halt, ne? Ist das Rode? Ne, das ist unter deinem Rode. Das Rode ist dein Leben. Ah ok. Gut. Wir sind wieder zu dir gegangen. Ist er hier? Ja, hier ist... Ah, kann sein, dass es da noch zwei sind. Wir sind dann nochmal durch so einen Gang. Ja. Alle sind auch durch diese Gänge. Ist durchgepflügelt hier. Achtung! Nicht dort hinter! Nicht dort hinter! Ja. Ja, geil. Na ja. Lass mal direkt mal hier den Brust schicken. Zack. Alles klar. Ich füge dir auch mal zu. Achtung! Mann! Ey, ey, ey. Oh, weg! Links rein! So, habe ich den jetzt getötet schon? Ja, doch. Der liegt dann hier. Geil. Vollpunkt abgeschlossen. Sack. Kontroll... 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 Uuhh... Ich konnte hier nicht hoch. Na ja, siehste. Wir haben's hier oben bequem. Schön warm. Sieht so dunkel aus. Trist. Yeah. Was ist hier drin? Scheiße, aber ich muss gelten. Da sind das viele Quarantien. Ich finde es aber cool, dass hier so eine Gegner-Partei geschaffen haben, mit der man sich eigentlich gerne anlegt und die man auch gerne wieder trifft. Zum Beispiel Halo 4 und 5, da spielen ja auch andere Gegner eine Rolle. Aber da freut man sich dann immer wieder, wenn dann doch die Grants und die Allianz-Truppen kommen. Ja, auf jeden Fall. Und es wird auch nicht langweilig, die als Gegner zu haben. Aber ganz ähnlich ging es mir zum Beispiel auch gleich hier so vor. So, und, warum sind wir jetzt lang hier? Soll ich hier nochmal? Soll ich sie ihn zerstören? Ja, ruhig, ne. Was ist denn hier? Ich weiß es. Ich weiß es gerade gar nicht. Mal. Dann müssen wir nach unten. Ach, hier. Ja, so. Jetzt wäre es kaputt, aber nein. So. Die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Artem noch lange mitmacht. Ah, so lange muss ich es gar nicht mehr mitmachen. Wie geil ist man? Wie ist der Halo-Muggel? Wenn der Halo-Muggel kommt, dann wissen wir, Rose steht bevor sozusagen. Oh, und wir sind nicht kaputt. Das war mal von Anfang an nicht. Ich muss sagen, dass die Allianz jetzt auf verlorenen Pfosten sind. Sobald wir aus unserem Ziel der Stars war, ausgeritten sind. Ha, da kam sie aus der Seite raus. Da kam sie aus der Seite. Der Ding. Aha, da war ein Absystem. Oh, hier ist eine Hand. Und die Musik, oder? Ne. Ach so. Was gesagt hat, als wir sind Hand. Wohin, da war die Musik ganz schnell weg. Ja. Wir waren einfach zu schnell. Ultraatmosphärisch, wie die Musik dann abäppelt wird. Eine Rettungskapsel ist noch übrig. Schnell an Bord bevor sie startet. Los. Eine Rettungskapsel. Ne, warte mal, weiter. Wie ist denn hier nachladen eigentlich? Äh, R1 glaube ich. Oder bis hier oben? Ah ne, hier, genau. Hm, ne, warte mal. Wir sind doch schon vorbeigerand. Rettungskapsel. Alles hier, Rettungskapsel, nee. Da ist. Du musst doch hier, war hier irgendwo. Hier, das hier? Ah ja, wunderbar. Uah. Genau der Richtlinie, der muss abzuhauen. 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 Hau rein. Hi, hi, sir. BAM! Abflug. Abzuhcken, okay. Gehe auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es, so zu sein. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Alles gut, mach ich. Ja, ich will nicht mehr. So, da haben wir die erste Mission auch. Keine Ahnung, aber da landen wir. Und was auf dem Ring geschieht, das seht ihr dann in Folge 2. Alles. Komplettes Ringstorm. Alles. Komplettes Folge 2. 30 Stunden. Haben wir das schon. Ist noch nicht so richtig. Das war's auch schon ganz cool.